Weiter geht's mit dem Super-Aktum und auch mit dem den Super-Pro-E-T-S bei den nächsten Banken und das Bündel-Finale Als erstes, dass wir dann mit Billy Gane vor dem Lex Power Team, Alex Halter, der Kreise hat ja im letzten Jahr bis ins Finale bei den Superfros geschafft. Mit Billy Gane hat er hier einen Herzdreht, in dem sich die Briten, die wissen schon lange, wie man auf die hausen Sekunden genau auf den Weg fährt. Und dass nicht nur viele Ausflüge und Schwanterbrot, die können sich noch auf andere Bahnen zu sehen, bitte um den Weg fährt. Billy Gane mit einer Nacht gar nicht lustig fahren. Alex Halter, eine 8.1. Es gibt jetzt etwa 3 Sekunden Vorwurf für den britischen Don't fall auf der Kabel-Ulstrecke. Letztens nochmal mit einer unbemerkungszeit und mit einem 7.8.6 auf den 8.1.